Hi, I'm, 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 this is up to monitor it, I'm, 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 I'm. Okay, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, das sind Vern, Healy und Ivory, zusammen theoretisch bekannt als der Updown Monotones. Das ist ein Name, wo es wirklich Stilblöcke gibt ohne Ende. Also ich weiß nicht, von... Ich kann es mal versammeln, ganz von Plakaten, wo wirklich die unwirklichsten, unwirklichsten Kreationen drauf sind. Von, was ist die, ab dem Moniton, des... Das ist halt der Schweiz, das ist ja lustig. Ab dem Moppeds, der war schon krassend. Nicht Moppeds, aber Moppeds und was weiß ich, also Wahnsinn. Der Vans Name sorgt also oftmals für Verwirrung. Dafür ist ihr Musikstil hoffentlich umso klarer. Unsere Musikberechtigung, ja, ein Thema, das schon lange... Der Frockbeschäftigt, der beschäftigt uns für sehr lange. Man kann es nicht wirklich verbalisieren, man muss es hören, man muss es sehen und man muss es vielleicht sogar ein paar Mal hören und sehen, weil eben eine Konzertlänge nicht ausreicht, um alles das reinzubringen, was wir machen und wofür wir stehen und was uns Spaß macht und was dann weiterhin hoffentlich auch dem Publikum Spaß macht. Na wenigstens ist mal klar, dass hier eine Band seid. Den meisten wir. Hallo, seid ihr eine Band? Ja, wir heißen Abta Monatons, Gitarre, Beatbox und Gesang und wir machen ziemlich schräg lustige, wilde Sachen. Aber wir sind schon so neigierig. Ja, wir, ja. Na dann machen wir, oder? Ja, geht schon. Okay. 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 All right. Here we go. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Also ich finde, so was hier ist genau, das was ihr macht ist genau so was, was hier her gehört auf dieser Bühne. Das ist innovativ, das ist gut gemacht, da steckt ein Konzept dahinter, ja, und die Performance an sich und wie ihr den Song aufgebaut habt und so. Und da hat sich jemand den Kopf gemacht und das Ganze ist handgemacht und gut, ja, und darauf stehe ich immer und sowas hat bei mir auf jeden Fall immer einen Plus verdient. Hier gibt's einen Plus. Ich gebe Ihnen das einfach einen Plus, super, super, mag ich. Absolute Stimmungskanonen, absolut. Gratuliere. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke.